so ich zeige euch mal ganz kurz eine stelle wo ihr die trophäe mit den vier sekunden in der luft mit dem auto machen könnt normalerweise sollte das da auf jeden fall ziemlich locker gehen wenn ihr euch nur ein bisschen getunt habt das ist ein bisschen also ich würde jetzt mal sagen stufe 2 also das heißt wenn ihr busstufe 2 im karosserie irgendwas macht damit es nachher wenn es den berg hoch geht nicht abkratzen tut in der mitte weil mein auto ist noch zu schwach dafür aber hier sollte es eigentlich hier sollte es jeder im endeffekt hinkriegen die trophäe ich zeige euch ganz kurz die stelle ist ja schon gleich da komm fahr schon ja ja ist doch klar jetzt komm schon übertreibs nicht so ja ihr könnt da ruhig erstmal weiterfahren da passiert nichts ich zeige es nochmal hier auf der karte das wäre hier ungefähr das sollte eigentlich machbar sein also vier sekunden sollten hier machbar sein einfach mal hochfahren mein auto kratzt hier mal voll ab das kommt gar nicht so richtig schnell und dann kurz vor der spitze einmal turbo zünden dann die luft nochmal und dann sollten wir die vier sekunden hier hinkriegen ohne problem eigentlich